Was macht die Polizei dann? Ich bin nicht gefänglich. Dann muss ich das wieder zurückfahren. Das Auto? Das ist gar nicht unser Auto. Okay, Resumel, dann fahren wir das... Wenn man andere das seht, dann schreit sie mit dir, nicht mit mir. Das war gar nicht meine Schuld, das war deine Schuld. Okay, Resumel, okay, dann was machen wir jetzt? Jetzt aussteigen wir. Ich aussteige jetzt. Und dann? Wo legen wir Auto hin? An der Dachse kann ich sehen. Okay, okay, wir parken das und dann scheinen wir gleich aus, okay? Aber wenn man sich... Dann sagt die Mensch, wo ist ihres Auto? Die fragt dann, wo das Auto ist, weil wir woanders geparkt haben. Ja, das ist gar nicht unser Auto. Du musst ihn wieder zurückfahren. Und ich gehe in Arbeit. Okay, okay, okay. Du musst ihn wieder zurückgeben. Okay, ich gebe es zurück, Resumel, okay? Aber andere geht es gleich. Nein, wir... Aber Papa... Ja? Unser Auto ist gar nicht so aus. Ja, unser Auto ist es ja auch nicht. Ist... Warum hast... Ist du nicht rein, dann musst du gar nicht anschneiden sagen. Ja, doch, du musst ihn jeder Auto anschneiden. Aber du darfst gar nicht im freien Menschen Auto gehen. Ja, darfst du nicht, darf ich auch nicht, Resumel. Wenn du im freien Menschen gehst, dann gehst du ganz alleine, ohne mich, empfänglich. Okay. Dann gehst du ganz alleine. Ja, ich weiß es nicht. Ich... ich gehe in Arbeit, du gehst empfänglich. Okay. Willst du empfänglich gehen? Nein, nein. Dann musst du... dann musst du wieder zurückfahren. Okay, ich fahre erst zurück, Resumel. Oh, ich habe noch Angst. Du brauchst keine Angst haben, Resumel. Aber wenn es da hier... hier ist, wo es da los ist. Ja, dann werden sie uns Gefängnis machen müssen. Wir parken jetzt das Auto, ja? Und dann mache ich nie wieder. Nie wieder. Ich sag das alles. Ich muss das alles sagen. Warum? Das ist Eier. Ich sag das alles. Klauen macht man nicht, ne, Resumel? Ich sag das aber trotzdem, Ande. Ich habe dir was geschenkt, aber das schenke ich dir noch. Aber ich würde es noch Ande sagen. Ja, kannst du sagen. Wenn Baba klaut, dann musst du das sagen. Unrecht muss gesagt werden. Ja. Wirst du... Wenn ich eklisch in Allach sage, dann musst du auch Ande sagen. Hast du recht. Aber Allach ist schöner. Ja. Allach ist die beste, beste, beste Allach ist uns aufpassen. Ja, du hast recht. Und das sage ich es Ande. Ja, okay, sag es Ande. Baba hat Auto geklaut und ich muss Strafe bekommen. Klauen macht man nicht. Und dann sage ich... Weil andere rufen Polizei und dann verhaften die uns und dann... Nein, dich verhaften die uns. Ja, mich verhaften. Nicht mich. Ja, okay. Nicht dich, mich. Okay. Jetzt parken wir schnell Auto und steigen raus, damit die Polizei uns nicht sieht. Ja, okay? Oder die Polizei dachte, dass es unser Auto ist. Ja, das kann sie auch. Sie dachte vielleicht, dass es unser Auto ist. Ja. Aber wenn sie fragt, dann müssen wir ehrlich sein. Ja, ja. Wir müssen ehrlich sein. Okay. Warte. Anne, du, ich sage, Anne, nur dich. Okay. Es tut, dass deine Schott war. Okay.